Was geht ab? Können wir jetzt das? Hier ist Backrunsel Gaming und damit herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's VR have wanted. Ja, hi bunny friends, du bist immer noch da und ja, bin jetzt aber überlegen, was machen wir jetzt? Am besten gucken wir mal, ob wir dann noch so haben, Snap 2 haben wir noch. Snap 3 kann ich nicht machen. Das könnte ich machen. Parts and Service? Oder hätte er es hier? Hm. Möse haben Parts and Service machen wir erstmal. Mal gucken, was sich da drin befindet. Wow, hi Freddy. Just like one of our guests left a personal item on our star attraction. Let's return it to the lost and found. Carefully, grab and remove the child's hat from Freddy's mouth. Freddy's got a pretty good hold of it. Give it another firm tug. Good job. Now place the hat in the lost and found bin on your right. Awwww, das ist so geil. While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. Das war so geil. Freddy's got a pretty thing done. Freddy's child's hat. Grab Freddy's bowtie and pull it outwards. Well done. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wiring. Yes, that's right. I'm ready. Thank you. Very good. Oh yeah. The music box must be removed before you can access the child's shoe. Gently grasp the music box and extract it from Freddy's chest cavity before the safety latch descends. Okay. Of course, we should be careful not to... Carefully place the music box on the work table to your left. Work table to your left. Great job. Thank you. To reset the safety latch, press the button located on Freddy's endoskeleton. Ah, the button. Now remove the child's shoe and place it in the lost and found bin. Thank you. That's what I'm doing. I copy it. Welcome back to parts and service. It looks like one of our guests left a pretty good hold of it. Give it another firm tug. Okay, now... While we're at it, let's make sure there isn't anything else stuck inside. To access Freddy's chest cavity, grab Freddy's bow tie and pull it outwards. Well done. Freddy's chest cavity is now open. Remove the child's watch and place it in the lost and found bin. Be careful not to touch any of Freddy's sensitive wiring. Good job. Thank you. It appears there is a child's shoe wedged behind Freddy's music box. The music box must be removed before you can access the child's shoe. Carefully place the music box on the work table to the left. Well done. Well done. Great job. To reset the safety latch, press the button located on Freddy's endoskeleton. Now remove the child's shoe and place it in the lost and found bin. Find the shoes. Yes. But I did. Maybe I didn't touch that right now. Of course. And now I can't wait until the LED has moved. By the way, it at home. I can't understand. Great job. To reset the safety latch, press the button located on Freddy's side. Also Freddy, wenn du mich diesmal, wenn du mich diesmal totmachst, dann werde ich definitiv entlassen. Keine Ahnung, wenn der VR, wenn mein neuer VR-Karton ist. Äh, ja. Oh, cool. Wow, cool. Super. Was denn? Haben wir hier jemanden? Was ist anders? Wie war das System-Location? Wie war das System-Location? Was ist noch leicht? Man wird nur leicht parkofobisch. Oh je je. Kann ja was werden. Was ändern? Einmal? Aha. Was hier? Ist das hier? Na komm. Was hier? Oder hier ist das hier? Es wird definitiv Zeit, da ich... Da ich einen... Neuen Move-Controller bekomme. Wird definitiv Zeit. Okay. Wenn sich jetzt hier irgendwas bewegt... Dramatik. Einmal hier. Hier in der Nähe ist ja. Da ich hier... Das ist ja... Kann ich auch schon? Ich komme Ich komme Jetzt habe ich die Position Dann sehe ich es 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 Okay Ich gehe hin Durch den Knopf Durch den Knopf Well done Da ist manchmal sowas vorne, könnt euch nicht vorstellen, könnt euch ja nicht vorstellen, wie scheiße das manchmal ist. Oh, scheiße. Ja, ich bin tot. Weil ich nicht genau sehe, glaube ich hier. Oder? Ähm. Jupp. Ich weiß gar nicht, da wird man so viele Fehler machen. Welcome to Circus Babys Entertainment and Rental. It has been zero days since last incident. Ah gut, da tut mich direkt dahin befördert. Motion Trigger. Breaker Room. Ich denke, da wird dann... Oh, das ist einfach. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und... Das hier geht hier hin. Da hin geht das. Das hier geht... Komplett in die andere Richtung. Komplett in die andere Richtung. Na komm. Das hier. Ja. Das hier. Das hier. Das hier. Und dann hin das hier. Und dann hin das hier. Ah. Jetzt muss ich noch das letzte machen. Das hier. Und dann hin das hier. Ja, welches ist das jetzt? Das Kabel... geht nach hier. Das Kabel... geht nach... Er will seinen Held sehen. Dann das Kabel... Hier und das hier geht nach da. So. Gar nicht nach Annard. Ähm... Dankeschön, Annard. Das führt deinen Kommentar. Dankeschön. War es das jetzt? Habe ich es geschafft? Einmal Finish jetzt. Das wäre sehr schön. Wunderbar wäre das. Ich will mich sehr darüber freuen. Hübsch. Hübsch. Sehr hübsch. Hier sind aber auch keiner... Hübsch. 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 Bin ich jetzt in der nächsten Station? Oh nein, bitte nicht. Bitte nein. Ah. Okay. Hübsch. Motion Trigger. Secondary Service. Elevator Ventilation Shaft. Oh je. Ich sehe schon, was ich machen muss. Man muss Helders hier nehmen. Man muss Helders hier da einsetzen. Oder? Nein. Das bringt mir definitiv nichts. Das bringt auch nichts. Ah so. Da. Oh okay. Oh hi Ernat. Ähm. Ach da. So. Danke. Ernat. Das muss ich da bestimmt. Haha. So. Danke. Ernat. So. Hi Ernat. Ich weiß schon, du wartest darauf, mich angreifen zu können. So. Und. Dich tun wir jetzt entfernen. Und tun dich nach da. Dich tun wir entfernen. Und tun wir jetzt nach da. Dich tun wir entfernen. Ähm. Ernat. Ne. Moment. Das ist falsch. Ich weiß schon. Ich dachte ja. Na komm. Shit ey. Was muss ich machen? Muss ich das hier erstmal zum Drehen bekommen? So, einmal das. Dann kommt das runter. So, dann hier das hier nehmen. Dann kommt das hier rein. Oh, Quatsch. Jetzt kommt das da rein. Jetzt kommt das hier rein. Oder? Jetzt mal da rein. Jetzt kommt das hier. So, dann kommt das da rein. Zwei. 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 Scheiße, ich weiß jetzt nicht wo lang ich muss. Ich lasse vorher die Wurzeln. Ich lasse vorher die Wurzeln. Ah, er ist noch da. Gehen wir nur mal kurz in Snap-1 rein. So, in den Videos habe ich gesehen, dass hier eine Coin kommen muss, eigentlich. Also hier. Da werde ich mal kurz fallen. So, komm her. Komm her. Komm her. Geben wir die Coin. Komm her. Komm her. Komm her. 1 a.m.? Sie. Ich 결국 다르게 die Kunden über Lösen. Ja nu eher auf Gehe und ich will vorigen! Komm herura nicht jackassaden. Okay, hier 나�! Hey die Beweakern! Okay, wo Menschen mit allen Blumen gemacht wurde? Es ist nicht, es ist nur jemand. So, Kacke, Kacke. Ah, da ist das! BAM! Die haben das gemacht. Na, schau mal raus. So, und jetzt haben wir, wie da steht. Two Coins. Er ist weg. Okay. Ich will jetzt überlegen. 30 Dinger. Ja, da sind 4, 8, 12, 16, 20, 22, 26. Sagen wir mal, in jeder wäre eine Coin. Aber dann haben wir ja noch hier das hier. Ich hab' ja auch noch mal. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39, 40. Also, es müsste es normalerweise 40 Dage Coins an hier geben. Hm. Schau mal, ich kann nicht mal so nett, oder? Da hinten ist ein Knopf, aber an den komme ich nicht. So. So. Ich weiß nicht, wo ist der Tag? Ich sehe immer die Leute einen Tag Player benutzen. Aber den sehe ich hier nicht. Hier ist der. Bei den Leuten. Und warum sehe ich den hier nicht? Und warum ist der Tag Player? Und was ist der Tag Player? Oder muss hier irgendwas trocken? An den Knoppen oder so. Na. Okay. Alles klar, gut, Suntime Freddy, Night Terrors, ne, das machen wir mal jetzt noch mal. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich hoffe es hat euch gefallen, denn ja, da könnt ihr mich auf der rechten Seite ein Abo da lassen. Daumen nach oben, falls wir freuen begangen. Und dann sehen wir euch natürlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Schatz.